Heute im letzten Teil des Klettersteiggrundlagenkurses möchte ich euch eine wirklich kompakte Aufarbeitung sämtlicher Details und Abläufe auf einem Klettersteig präsentieren. Dafür gehen wir auf den Rheintaler Seeklettersteig und ich zeige euch einen hoffentlich perfekten Klettersteigablauf. Betrachtet das heutige Video einfach als eine kompakte Zusammenfassung. Die Details zu den einzelnen Punkten, die konntet ihr ja bereits in den Wochen zuvor sehen und hören. Deshalb hier heute einfach ein Schritt-für-Schritt-Plan, um sicher und erfolgreich durch sämtliche Klettersteige zu kommen. Wir beginnen den Klettersteig damit, dass wir bei der Tourenplanung den richtigen Klettersteig für unsere Kenntnisse und Kraft auswählen. Heute ist uns nach einem etwas schwereren, aber nicht extrem sportlichen Klettersteig. Daher suchen wir einen Steig mit der Schwierigkeit CD. Die Wetterprognose ist gut, trotzdem möchten wir nicht zu früh aufstehen, weshalb wir einen Sportklettersteig mit kurzem Zustieg wählen. Da der Steig aber südseitig ausgerichtet ist und der Tag sehr warm wird, möchten wir spätestens mittags wieder im Tal sein und planen die Uhrzeit dementsprechend. Natürlich kontrollieren wir auch noch zu Hause den Abstieg. Wir müssen schließlich wissen, ob der Abstiegsweg eventuell ebenfalls ein leichterer Klettersteig ist, ob er bei Nässe vielleicht sehr gefährlich sein könnte oder ob man eventuell auch im leichten Gelände klettern können muss. Am Klettersteig angekommen, legen wir an einem für uns komfortablen Platz den Klettergurt an. Außerdem das Klettersteig-Set und eine Rastschlinge mit HMS-Karabiner am Ende. Außerdem setzen wir den Helm auf, damit Steinschlag von möglichen Vorgängern oder Gämsen keine Gefahr werden kann. Das richtige Schuhwerk haben wir bereits an. Wir haben uns in diesem Sportklettersteig für einfache Zustiegsschuhe entschieden. Zuletzt ziehen wir noch die Klettersteig-Handschuhe an, trinken noch einen letzten Schluck und legen den Rucksack dann so an, dass er uns trotz des Klettergurts nicht weiter am Klettersteig stören kann. In unserem Rucksack haben wir noch Erste-Hilfe-Paket, Trinkflasche, Sonnencreme, Biwaksack und Notfallausrüstung. Am ersten Stahlseil des Klettersteigs hängen wir beide Karabiner des Sets ein und steigen kraftsparend mit der richtigen Technik gemütlich nach oben. Durch das gute Zeitmanagement haben wir keinen Stress und können auch regelmäßig mal eine Pause einlegen, wenn uns danach ist. In den leichten Passagen hänge ich einen Arm des Klettersteig-Sets in den anderen Karabiner. Hier brauche ich in diesem Gelände keine überlappende Sicherung beim Umhängen. Wird das Gelände anspruchsvoller, hänge ich natürlich den zweiten Arm ebenfalls wieder ins Seil. Im richtigen steilen Gelände, da achte ich stets auf gestreckte Arme und möglichst viel Last auf den Beinen. Brauchen wir eine Pause, hängen wir die Rastschlinge vor den nächsten Anker und machen das gleiche mit den Lastarmen des Klettersteig-Sets. Die Pausen nehmen wir am besten vor den schwersten Stellen, um gekräftigt in die Schlüsselpassagen zu gehen. Schließlich kann man nach einer Schlüsselstelle ja immer noch eine Pause machen. Wenn wir am Klettersteig Personen treffen, dann beobachten wir, ob sie dann schneller sind oder langsamer als wir. Sind langsamere oder unsichere Personen vor uns, drängeln wir nicht. Wir sprechen sie in einer kurzen, leichten Passage an, ob wir sie überholen können. Wenn sie gut stehen, können wir sicher an ihnen vorbei. Sind schnellere Personen hinter uns, achten wir auf den Sicherheitsabstand. Fängt jemand an zu drängeln, dann sprechen wir das an. Abgesehen davon bieten wir an guten Stellen die Möglichkeit des Überholens an, wenn jemand schnelleres hinter einem unterwegs ist. Da das hier ein Sportklettersteig ist, mache ich mir um Wartung und Sicherheit der Steiganlage eher weniger Sorgen. Die Anker und Seile sehen alle komplett neuwertig und gut gepflegt aus. Auf einem Alpinensteig würde ich hier auch gelegentlich an steilen und anspruchsvollen Stellen die Stangen der älteren Steige prüfen, ob sie sich denn stark bewegen oder vielleicht sogar nur frei drinstecken und keine Sicherheit bieten würden. Denn im Zweifelsfall weiß ich, dass selbst der beste Bandfalldämpfer nichts bringt, wenn die Verankerung des Stahlseils ausreißt. Beim Bandfalldämpfer bin ich mir natürlich bewusst, dass das Klettersteigset ein Ablaufdatum hat. Nach zehn Jahren sollte persönliche Schutzausrüstung schließlich wohl getauscht werden. Bei häufiger Verwendung und entsprechenden Abnutzungserscheinungen sollten Klettersteigsets aber gegebenenfalls auch schon früher getauscht werden. Kommt es am Klettersteig zu der Situation, dass wir uns nicht mehr weitertrauen oder wir uns überschätzt haben, ist Ruhe gefragt. Wir schauen uns erstmal die Topo an und überlegen, ob wir bereits sehr schwere Stellen zurückgelegt haben oder ob eine Umkehr vielleicht sogar noch zu schaffen wäre. Außerdem schauen wir, wie weit der Steig noch bis zum Aufstieg oder Ausstieg verläuft. Danach beurteilen wir unser weiteres Vorgehen. Nach einer längeren Rast und vor allem etwas zu essen, können wir aber dennoch schwereren Stellen nochmal einen Versuch geben und sie gegebenenfalls auch überwinden. Irgendwann sind wir am Ausstieg des Klettersteigs angekommen. Hier wird das Klettersteigset wieder letztlich ausgehängt. Das Set sollte erst zum Stahlseil entfernt werden, wenn man wieder sicher am Boden steht und auch wieder ohne zusätzliche Absicherungen zurechtkommt. Nach einem sehr langen Klettersteig hat man sich nach einer Weile nämlich an diese andere Körperhaltung und die Belastung irgendwie auch gewöhnt. Daher sind manchmal erste Schritte ohne Stahlseil, gerade im eventuellen Klettergelände, eher holprig. Nach einem erfolgreichen Klettersteig schauen wir uns dennoch nochmal um, ob der Abstieg nicht eventuell trotzdem das Tragen eines Helms vielleicht sinnvoll erscheinen lässt. Ist keine Spur von brüchigem Fels und ähnlichem zu sehen, nehmen wir den Helm letztlich für die bessere Belüftung aber ab. Nach dem Abstieg können wir uns wieder mal über eine gelungene Runde in einem Klettersteig freuen. Der Klettersteig-Grundlagenkurs nimmt damit ein Ende. Ganz bewusst habe ich mich gegen zwei explizite Episoden entschieden, die zwar produziert sind, aber nicht erscheinen werden. Und das möchte ich hier kurz für alle, die darauf vielleicht auch warten, noch erklären. Zum einen, nie erschienen ist die Episode über Kinder am Klettersteig. Kinder am Klettersteig mitzunehmen ist per se keine schlechte Idee. Jedoch sind die Ansprüche an die Begleiter, je nach Kind und Alter, natürlich sehr unterschiedlich. Hier kann man keine pauschalen Empfehlungen aussprechen. Und wichtig ist, sich langsam ranzutasten und sich auch langsam zu steigern. Und immer den Spaß und die Freude im Vordergrund stehen zu lassen. Nie den Leistungsgedanken der Klettersteige. Aber für diese Infos braucht es eigentlich kein eigenes Video darüber. Überfordert eure Kinder schlichtweg einfach bitte nicht. Das andere Video, das nie erschienen ist, das sind die Rettungsmaßnahmen. Auch hier war ich zögerlich und habe mich gegen die Veröffentlichung entschieden. Schlichtweg deshalb. Die Rettung in- und aus Klettersteigen ist eine sehr, sehr individuelle Situation. Manchmal reicht es, mit HMS und kurzem Seil jemanden nachzusichern. Manchmal reicht schon eine kurze Knicksicherung. Manchmal braucht es aber einen Flaschenzug für panische Personen. Manchmal muss man sich abseilen, um mental oder physisch zu unterstützen und so weiter. Jede einzelne Problematik und Situationen darzustellen und aufzulösen, ist eigentlich fast unmöglich. Da das Szenario, aber vor allem die Ausrüstung, die ihr auch selber dabei habt, immer sehr unterschiedlich sein kann. Pauschal ist es aber definitiv nicht notwendig, immer ein kurzes Seil, Schnapper, Rebschnur und Co. dabei zu haben. Eventuell gibt es nächstes Jahr ein paar Videos zum grundsätzlichen Thema Rettung am Berg und in Notfallsituationen nach Lehrbuch. Jedoch halte ich mir diese Option dann auch offen, dieses Video dann in diesem Rahmen zu veröffentlichen und nicht im Zuge dieses Kurses. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Videokurs einiges für die Klettersteige für euch mitnehmen und lernen. Und ich hoffe, ihr seid jetzt sicher und vorbereitet in den Klettersteigen unterwegs. Es steht aber, wie schon angekündigt, ein weiterer Grundlagenkurs wieder vor der Tür. Der ist nicht gleich nächsten Dienstag, sondern eine Woche versetzt, damit ich ein wenig Zeit für die Planung und Vorbereitung habe. Wenn ihr Vorschläge für eine Disziplin habt, also Klettern, schweres Bergsteigen, Weitwandern oder was auch immer, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Abgesehen davon hat es mich natürlich wie immer gefreut, euch hoffentlich gut zu informieren und zu unterhalten. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.